Beatrice Egli startet sportlich in die Woche. Auf Instagram zeigt die Schlagersängerin ihre Morgenroutine und die hat es ganz schön in sich. Während andere sich im Bett nochmal umdrehen, macht Beatrice ein anstrengendes Workout. Dafür hat sich die Blondine nicht etwa in einen Schlabberlook, sondern einen hautengen Zweiteiler geworfen. Das Sportshirt und die passende Hose im Leo-Print stehen der Sängerin unglaublich gut. Außerdem blitzt hier Beatrice durchtrainierter Bauch durch. Heiz! Das Workout scheint ihr viel Energie für die Woche zu liefern, Beatrice Egli strahlt in ihren Storys richtig. Von diesem Anblick können wir gar nicht genug bekommen.